Tachchen Leute, wir sind heute hier in Spandau, in Berlin Spandau bei der Motorrad. Otto Krumm veranstaltet hier eine kleine Rallye mit 80 Oldtimern und ich würde sagen, wir zeigen euch vielleicht mal ein paar Eindrücke, nehmt euch mit und zeigen euch so ein bisschen den Ablauf. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!